Ja, was mach ich denn jetzt? Hier weiter reinbauen? Aber muss nicht sein, dass hier dann unter den Inseln was versteckt ist, oder? Es muss nicht sein, nee. Oder da unten, ja. Ja, aber hier ist wie gesagt Ende. Deine Spitzhacke machen hier. Ja, meine ist ja vorhin schon kaputt gewesen. Ich hab gedacht, wenn ich mich... Oh, hier ist was Cooles. Was ist das? Moment, ich glaub, das ist Kohle, oder? Warte. Ja. Ist das so eine Art Kohle? Ja, Ambrosium, oder wie das heißt. Das ist so eine Art Kohle. Ist doch nicht schlecht, wir brauchen das, ja. Oh. Okay. Was? Hier ist Ende. Okay. Aber ich kann hier noch was zubauen. Huh? Du hast hier aber verdammt schnell Hunger, ne? Ja. Mal gemerkt? Ich weiß nicht. Ich hab eh immer so das Gefühl, dass ich super schnell Hunger krieg, weil ich immer so durch die Gegend renne und so. Mal eben was hier ein bisschen ranbauen. So. Ja, in den Büschel werd ich jetzt draußen gleich mal pflanzen. Und wie hier noch in der Kiste. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung hier, also. Ja, genau. Und schon bin ich wieder an der Wolke. Pff. Die haben dich auf dem Kikar. Glaubst auch, du. Haben hier aber auch einen blöden Platz rausgesucht. Ja. Ja gut. Das kannst du ja nicht... Boah. Beeinflussen. Ich war fast runtergefallen. Das kannst du ja nicht beeinflussen, oder? Wo man spawnt. Oder? Nee, kann man nicht. Aber du hast hier... Hier haben wir Kohle vergessen. Ja. Das Ambrosium, oder wie das heißt. Ambrosium heißt es, genau. Das brauchen wir auch. Da gibt es noch so einen speziellen Tisch. Da kannst du... Was ähnliches wie einen Ofen. Ich glaube, das wird sogar gebaut wie einen Ofen. Mit dem Ambrosium? Legst du dann oben drauf. Du musst mal gucken, wie das gebaut wird. Ich weiß es nämlich leider nicht. Leider nicht. Keine Ahnung. Okay. Versuch mal ein bisschen. Ja. Learning by doing. Okay, diese Dinger... Die Steinstufen kann man also auch machen. Ich guck mal eben. Ne. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Vielleicht Vierer? Ne, auch nicht. Ah, hier kann man auch Holy Stone Bricks machen. Ich schau mal eben, ob man damit vielleicht einen Ofen bauen kann. Ohne Art Ofen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der gebaut wird. Und du weißt auch nicht, wie der heißt. Sonst könnte man mal googeln, vielleicht. Dann setz mal die Büsche hier an. Ja, alles klar. Orangen Baum auch. Da ist wieder der blöde Mist hier. Brauch ein Schwert. Ein richtiges. Ich geh nochmal buddeln. Vielleicht mal hier rein oder so. In die Richtung wird nicht viel sein. Warum? Weil da die Insel fast zu Ende. Ah, hier flackert aber die ganze Zeit was. Irgendwut flackert hier. Okay, hier ist wieder Dirt. Nö. Hm. Ich brauche noch zwei von diesen Dinger an, dann kannst du mir ein Schwert machen. Was für Geräusche hier sind, ja. Ganz anders als auf unserer normalen Welt noch. Ja. Oder wir laufen einfach durch die Gegend ein bisschen und gucken, ob wir da was finden. Wir können da auch in den Dungeon gehen. Äh, so unausgerüstet, wie wir sind. Äh, so unausgerüstet, wie wir sind? Nee. Mann, hau ab, du blödes Ding. Ja, 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 ich weiß. Du magst mich, ne? Du magst mich ungemein. Komm her. Mistvieh. Nausgeräusche? Ja, ja, ich kämpfe hier schon wieder mit so einer blöden Wolke. Hihi, die hauen dann immer ab und kommen dann wieder. Hm. Kommen dann auf einen so zugeflogen. Ich glaube, ich gehe mal gucken, was da oben so ist. Oder waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht, ne? Aber hier sind auch wirklich super viele von den Viechern, ne? Und wenn man sich dann hochbaut, da muss man dann echt mal gucken. Das steht aber auf normal. Ja gut, wer weiß. Ähm, diese anderen Büsche hier, ne? Die kann man ja auch. Kannst du auch abbauen, ja. Branchenbäume. Genau. Kannst du auch abbauen. Ja. Der eine wieder raus. Nimm doch mit. Da unten hängt jetzt nichts. Ich renne mal ein bisschen mehr durch die Gegend. Ich muss mal gucken, was hier so geht. Was ich Wolke. Uh. Hier ist so ein Lillen, der Stein. Ah ja, ich sehe es. Genau. Baust du den ab? Ja. Hier sind auch noch die anderen. Wollte ich jetzt mal probieren, ob die mir der Spitz hat. Äh, wo bist du? Oh, da ist er. Was siehst du? Guck mal, da ist irgendwas. Ähm, da ist so ein... Sollen wir mal da reingehen? Vielleicht kriegen wir was Nettes. Wo bist du? Ähm, ich bin hochgelaufen. Hier sind Schafe. Wie süß. Warte, ich komm zurück. Oh, da ist... ...ne Wolke. Komm mal dahin zurück, wo du gerade den lilanen Stein abgebaut hast. Da stehe ich jetzt. Ach, da. Ja. Ah, da bist du. So, guck mal, da hinten. Da ist so ein Turm. Es ist ein Dungeon. Sollen wir mal gucken? Da wirklich rein? Weiß ich noch nicht, aber ich... Diese scheiß Wolken, ey. Also, ich muss sagen, ich habe ja auch schon einige Let's Plays gesehen. Und ich würde davon abwarten. Meinst du, wir sollten uns erstmal hier mit den Viechern hier... Boah. Nein. Oh nein. Ähm, okay, ich bin tot gleich. Ich baue mich mal kurz hier eben ein. Mach das. Ich muss mal was essen. Puh, und dann erstmal regenerieren, weil die Viecher, die haben... ... mich jetzt zu sehr hier durch die Gegend geschleudert. Ja. Hast du ja gesehen. Ich bin daran gestorben. Ja. Boah, wie viele. Oh nein. Oh oh, was ist das? Ich bin da. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Weil sie hat sich nicht gut an. Nee. Hat sich wirklich nicht gut an. Komm, wenn ich mal hier gerade stehe. Mit Steinen hat sie sich eingebaut. Oh. Ich habe mein Zeug aber wieder. Ja, cool. Naja, wenigstens bis ich mich regeneriert habe. Ups, jetzt geht der Baum hier flöten. Jaja, ist klar, wenn ich den abgebaut habe. Aber jetzt habe ich wieder fünf Herzen. Boah, Beeilung mit dem Regenerieren. Also ich finde, das geht echt schleppend. Boah, Beeilung mit dem Regenerieren. Okay, Wahnsinn. Ich glaube, ich baue mir hier mal so hin. Ging nicht. Jetzt. Oh, da hinten sind diese komischen Blumen. So ein kleiner Unterschlupf hier. Schon gesehen diese komischen Blumen hier, die sich bewegen? Jaja, die habe ich vorhin noch schon tot gemacht. Dann kriegst du die Erdbeeren raus. Echt? Ja. Dann habe ich die da her, die Erdbeeren. Was habe ich eigentlich jetzt hier alles? Ach, ich habe noch mehr Steine. Ach so, jetzt habe ich den anderen. Sie fliegen hier. Ja? Nein. Nein. Ich sterbe. Oh. Mann. In diesem Land gibt es diese komischen Schuhe. Okay. So, ich habe jetzt wenigstens auf einer Seite ein bisschen Schutz. Ja, und es wird dunkel und diese komischen Vögel sind da. Oh nein. Oh, hier ist auch diese Blöde. Er hat gerade vergiftet. Ich will doch nur mal das Volk einsammeln. Also, ich habe hier das Gefühl, dass die mich auch hier innerhalb von den Steinen irgendwie rumschubsen können. Ich habe Angst. Auch. Auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur noch drei, ja? Ich kann mich hier rumschubsen. Ja, ich bin jetzt voll, aber die schubsen mich hier gerade bis aufs Blut durch die Gegend. Verschwendet. Ach so. So, eingebaut. Fackel hin. Zack. Available? Was steht denn da unten? Available steht da. Ja, das ist der Dungeon. Also. Die Viecher, die schubsen mich. Trotz, dass ich hier in dem Ding entstehe, schubsen die mich hier durch die Gegend, ey. Puh. Voll, meine Sachen liegen da hinten. Wo denn? Ja, irgendwo geradeaus vor dir. Ich könnte ja mal rausgehen, aber ich bin schon fast da. Okay. Au. Ah, hier sind mehrere Dungeons, okay. Die ganze Welt besteht fast nur aus Dungeons. Vergiftet. Ich habe meine Sachen. Sehr cool. Oh. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh, Hilfe. Wow. Wow. Jetzt. Ah nein. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Jetzt werde ich sterben. Hilfe. Sag ich doch. Puh. Also das ist wirklich heftig. Bei deinem komischen Häuschen da gestorben. Ja. Ach nee, ich muss da unten rein. Oh Mann, ey. Das ist ja. Aber nicht innen drin. Ach, da. Hast du? Sammelt dein Zeugs gerade in dir auch. Ja, sehr cool. Na, komm. Hallo? Warst du schon Müll? Ja, ich sag doch, ich habe da so. Bestimmt. Ähm, ich komme in den Ever nicht mehr rein. Hat er vorhin bei mir auch gemacht. Musst du zwei, dreimal probieren. Okay. Ich werde hier trotzdem noch voll rumgeschubst, ey. Nee, der lässt mich nicht rein. Ich werde hier voll rumgeschubst. Hatte ich vorhin auch, aber... In der normalen Welt. Na, komm. Ja, toll. Oh, oh. Drei, zwei. Äh. Nö, der lässt mich hier nicht wieder rein. Na, komm. Ah, dankeschön. Herzlichen Dank auch. Ist er drin? Ja, aber ich sag ja, ich werde hier total rumgeschubst. Ich will doch nur da rein. Dann geh jetzt mal in den Wunderschlup. Ja, bin ich ja... Versuche ich ja gerade, aber ich sag ja, es packt irgendwie hier rum. Keine Ahnung. Okay. Ähm. Ich mache mir schnell ein Schwert. Ja, warte. Ich habe doch deine Sachen alle eingesammelt. Ach so. Kommst du wieder zurück, oder was? Ja, aber ich muss bloß regenerieren. Ich habe bloß vier Herzen. Neben mir steht so eine blöde schwarze Wolke. Okay. Yo. Äh. Death attack has been stuck with frostbite. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich mache mir ein Schwert und dann gehe ich gucken. Also sind die Sachen jetzt da drüben alle? Okay. So eine blöde schwarze Wolke gewesen, die mich gerade gekildert hat. Oh Gott. Übel. Was war das? Ja, die schlägt auf mich ein. Die beißt auf dieses komische Feuer um sich. Ich steck mich erstmal hier, bis das weg ist. Bis der hell ist. Ich habe die angegriffen. Wow. 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 Oh, ich habe sie... Ich habe sie kaputt gemacht und habe dafür diese Coins bekommen, ja. Oh Gott. Wo sind denn die Sachen? Ich habe schon die Sachen alle eingesammelt. Ah, okay, gut. Rück in Hundertschlupf. Ja, ich komme, ich komme. Ich habe so eine schwarze Wolke gekillt. Verpiss dich. Oh, wir sind da. Ja. Oh, ich packe jetzt erst mal. Oh, wo sind denn die Coins? Die haben die mir gar nicht gegeben. Nee, die kriegst du auch so nicht. Du hast oben in deinem Bild eine Anzeige. Ah ja, zweimal. Mal zwei steht da. Kannst du irgendwann später mal tauschen oder so. Okay. Ich mache mich jetzt nochmal auf die Suche nach so einer Steine. Ja, ich muss mir jetzt neue... Oder kannst du mir nochmal ein paar... Ach, ich mache mir einfach neue Fackeln. Schon gut. Bis zum nächsten Mal.